Eine Prüfung des Mutters. Er wird sich die Aegis holen und uns ihrer Macht gewähren. Dieses Land wird uns gehören. Archivgerät aktiviert. Die Aufzeichnungen stehen nun zur Verfügung. Am Ende ihres Lebens wird der Wert eines Brückhols von den großen Herrschern ihres Volkes bestimmt. Wenn ihr die Aegis wollt, sucht diese alten Herrscher auf und beweist euch ihnen. Nur die Würdigen werden die Prüfung des Mutters bestehen. Also, die Kuchen stehen für die Kuchen des Mutters. Sie sind bei der Kuchen des Mutters. Die Kuchen des Mutters. Sie sollten sie sukces, nichtpulverlos, wenn sie mit der Kuchen des Mutters. Die Kuchen des Mutters. Die Kuchen des Mutters. Die Kuchen des Mutters. Vielen Dank.